Auf die Plätze, fertig, los. Ey, du Opfer, ich bin ja viel schneller als du. Was willst du denn jetzt von mir, du Lappen? Ey, Leute, auseinander. Ey, Jungs, auseinander. Ihr kommt jetzt alle mit ins Lehrerzimmer. Ich rufe jetzt eure Eltern an. Ihr werdet jetzt abgeholt, aber bevor ihr geht, entschuldigt ihr euch. Entschuldigung, der ich dich beleicht habe. Es tut mir auch leid. Wartet vor der Tür, ich komme gleich. Tim, warte noch kurz. Ich wollte mich noch mal bei dir bedanken, dass du Courage gezeigt hast. Das war kein Problem, das mache ich immer wieder gerne. ным Hm, Wirklich, des Geruchs. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.